So, da bin ich wieder. Ich hatte tatsächlich recht mit meiner Annahme, es war ein Paket. Nix. Haben wir ja schon, genau. Fünf Minuten sind vergangen, kaum habe ich das sexy Face vor Paketzusteller gesehen, bin ich schon ganz docheinander. Oh no. Typisch Trollhunter. Immer nur auf sexy Männerfaces aus. Aber gut, ich bin halt selbst doch ziemlich sexy, also muss ich natürlich nach Gleichgesinnten suchen. Und Frauen habe ich noch keine gesehen, die auch noch angrieren und so sexy sind wie ich, deshalb muss ich natürlich da eher auf meine Frauen, ne? Verstehst du? So. Darunter. Und da unten ist jetzt natürlich wieder das mit dem Wasser. Da war aber natürlich sonst nichts. Oh yeah, ich bin so happy, juhu, wir gehen hier herum und finden überhaupt nichts. Yes. Nee, also da brauche ich nicht nach unten gehen, weil er weiß euch, da war ja schon ein Questziel. Und zwar, dass wir diese verschollenen Piraten gefunden haben, ne? Ich weiß jetzt nicht, wie sie heißen, das ist auch vermutlich nicht sehr relevant, weil das total unwichtige Bastarde sind, die niemanden interessieren. Deswegen ist auch so lange nicht aufgefallen, dass sie da unten schon vermutet sind. Da oben. Genau. Da oben. Da oben ist der eine Freund gehockt. Oder der ist immer noch, by the way. Fahren wir mal. Junge, du bist aber hart am Harzen. Wie wär's, wenn du vielleicht ins Lager zurück gehst? Oben. Mhm. Wär nicht schlecht. Weil jetzt fällt's mir erst ein, die ganzen Namen von Strafkolonie Online, die gibt's ja teilweise wirklich im Spiel. Also wie gesagt, ich wusste das nicht, weil ich Gothic 2 nicht gespielt habe, aber jetzt grad bei Oben ist es mir wieder aufgefallen. Krass. Ich mein, mit Griffios hab ich mir da natürlich schon was Einfallsreicheres einfallen lassen, ne? Aber ich mein, ich bin auch total sexy und so, ne? Muss man natürlich zusätzlich anmachen. Nobody is as sexy as me. Aber da waren wir schon. Ups. Pilzies. Pilje. Und, äh, Heilpflanzen. Ist wirklich witzig. Also entweder die Sachen wachsen nach, oder ich bin teilweise wirklich richtig schleißig. Also, nicht nur so ein bisschen, sondern so, dass ich mir an die Stirn fasse und sage, alter, was übersiehst du da? Bist du behindert? Links, 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 rechts, rechts. Hier kann es natürlich jetzt sein, dass wir damals noch nicht diese Schlösser knacken konnten. Das kann ich mir tatsächlich vorstellen. Weil das haben wir ja glaube ich noch vor Kapitel 3 gemacht, wo wir jetzt sind, oder Akt 3. Das war natürlich wieder eine Glanzleistung, ala Nameless Hero. Und, da drüben... Ne, 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 lieber nicht. Was war das? Jetzt ist er ernsthaft durch diese Mini-Luke gefallen, das ist bitter. Naja, was soll's. Wir hauen uns hin, schlafen bis zum nächsten Morgen. Albträume verwehren die Erholung. Oh no, ist das jetzt immer so? Ja, und wer kann da was dagegen machen? Hm, gut, wahrscheinlich die im Innos-Kloster von der Hauptquest, schätze ich, weil die können wahrscheinlich billiger austreiben mit ihrer Innos-Kraft. Nachdem wir Innos so gerne in den Arsch riechen, holt der auch gern was aus ihnen raus, ne? Stecken was rein, er nimmt was raus. So läuft es. Hm, nix. Eieieie, ich bin nicht zufrieden mit unserem Fortschritt in der Folge, ich bin nicht zufrieden. Aber gut, wir haben hier ja dann wieder einen Teleporter, ne? Da hinten. Orks schaffen wir noch nicht, das muss ich nicht wieder unter Beweis stellen. Wobei, bei Shuttle-Läufern hätte ich das ja auch fast gedacht, aber die sind ja auch eher knapp schon. Und wenn das jetzt eine Horde-Orks ist, wieder unten, hm, außerdem ist das, denke ich, nicht Quarodrons Grab, ne? Wobei, es könnte natürlich sein. Es ist abgeschieden und ich bin mir nicht, es hat geheißen im Westen, oder? Schau mal. Die Macht der Totenwächter. Okay, ist das Altengring Quarodron der Wecke? Im Westen, hm, ja, also das ist halt natürlich ganz im Westen, ne? Wenn wir jetzt vom Kalten Krieg ausgehen würden, ist das die USA, also ganz im Westen. Und die Wassermagier sind so dazwischen, die sind zu Österreich. Neutral. Oder heutzutage die Schweiz. Aber heutzutage hinkt dieser Ost-West-Vergleich ja sowieso ein bisschen. Da drin waren wir, da haben wir schon sauber gemacht, mit den Kollegen, glaube ich. Aber komm, wir schauen rein. Ich hab Zeit. Ich hab Zeit. Ich hab Zeit. Ich hab Zeit. Licht. Licht. Nicht zu vergessen. Äh. Welche Nummer ist das? Nee, 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 7. Ja, Mana wäre natürlich auch nicht schlecht. Mana Essenz ist auch viel zu viel, weil wir ja meines Wissens höchstens 25 Mana haben oder so. 20 sogar nur. Da war ich ein bisschen optimistisch. Ist da etwas drin, das ich kann gebrauchen für meine tollen Skills? Oder ist hier drin noch scheiße? Oder haben wir schon gelootet? Herr Held ist wieder behindert und rüstet nicht Schwert aus. Hab ich sicher schon geholt, ne? Ja. Ja. Ja, da hab ich tatsächlich recht gehabt, haben wir schon ausgenommen mit unseren Friends. Held. Also hat irgendwer von euch dafür eine Erklärung mit diesem blöden Zauber ziehen statt Schwert ziehen? Ich meine ich ziehe jetzt 50 mal hintereinander Schwert und ich wette mit euch, er zieht wieder den Zauber. Ehh. Nervig. Was soll's. doch die Kakteenfelder. Da hinten war dann diese geheime Höhle, da waren wir auch schon. Ach komm, ich probier die Orcs, einfach wenn ich's kann. Ich hoffe, dass ich's kann, sagen wir besser so. Bevor ich mich hier noch verhasple. Hi. Nice Ass, aber ich würde trotzdem gerne den Gesicht sehen, mein Freund. Och komm, ihr beide zusammen. Auch nicht schlecht. Schaffe ich aber nicht. Oh Gott. Wie recht ich hatte, wie recht ich hatte. Aber ich werde etwas anderes verdienen. Gmaasa Dota. Gmaasa Dota. Ich scheine gerne Dota zu spielen, die Orcs. Sonst wird sich da dann Gmaasa Dota sein. Ist da hinten ein Grab. Eventuell. Nehmen wir so zwei Orcs. Und eine Piade beißen. Und noch mehr als zwei Orcs. Hallo zu viele Sounds. Viel zu viele Sounds. ein Bedia schreien, oder? Ja. Man sieht, dass die Orks auf Bedia stehen. Aber wir haben noch nicht alles gesehen. Wir gehen jetzt nach rechts. Wir haben einen Abstecher nach links gemacht, entsprechend gehen wir auch nach rechts. Wir wollen ja möglichst neutral beurteilen. Und sehen uns beide Seiten an. Ich glaube, die sind zu klug, die werden dann seitlich hochrennen, ne? Jo. Zu riskant. Hallo? Nicht in der unsichtbaren Wand hängen bleiben, hey? Das ist nicht mein Wunsch, aber überhaupt nicht. Die Bäser sind oft nicht so etwas wie die Haustiere der Hunde. Ah, der Hunde. Hm, der Orks. Das ist sicher wirklich Quahodrons Grab. Scheiße. Das ist ernsthaft Quahodrons Grab? Fuckin' ich dack. Ach nee, ich hab gedacht, der bleibt draußen. Hallo? Hallo? Das sieht verdammt nach Quahodrons Grab aus. Und da soll ich jetzt rein? Zwischen 5 Milliarden Orks, die ich nicht in 10 Jahren schaffe? Oh no. Ich ahne Übles. Überaus Übles. Hm. Ich hoffe, ich find drinnen eine sichere Stelle, an der ich speichern kann, die Ork frei ist. Denn ich weiß nicht, wie viel Zeit ich noch habe. Denn eventuell habt ihr es vor zwei Parts gehört. Die Tür ist aufgegangen, also wurde aufgeschlossen. Und entsprechend habe ich dann aufgeraten im Video. Da ging es sich relativ smooth aus, weil ich genau in dem Moment so oder so gestorben war. Aber hier ist es jetzt nicht ganz so smooth. Oh no. Nee, das ist nicht ganz so. Ich hoffe, sie bleiben wieder, wenn ich reingestehe, und sagen wieder Gemassadota und drehen um. Aber jo. Das wird sowieso gerade getroffen. Das muss ich sowieso sagen hier. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Ciao.